Hallo, die neue W&W ist da und wir wollen jetzt mal gucken, ob wir euch davon schon was zeigen können. In diesem Büro arbeitet die Kollegin Simone, das ist die Chefin vom Dienst und da gehen wir jetzt mal rein. Hallo Simone, können wir schon was von der neuen W&W sehen? Ich bin gerade gekommen. Ist die App auch schon da? Ja, auch gerade gekommen. Wunderbar, dann komme ich mal. Was sind denn die Highlights in dieser Ausgabe? Auf jeden Fall unser Titelthema, zur Lehrerausbildung in Deutschland, mit ganz tollen Illustrationen und einer tollen Infografik. Und ein weiteres tolles Thema ist wissenschaftliche Personalentwicklung. Das heißt, wie machen junge Wissenschaftler Karriere, entweder an der Uni oder gehen sie doch in die Wirtschaft. Und wir haben ein Interview mit Henning Kagermann, dem Präsidenten von ACATEG. Genau, aber Wirtschaft 4.0, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Super, und wo kann man das Ganze bekommen? Im App Store oder im Google Play Store kann man das nicht runterladen als App. Also keine Zeit mehr verlieren und das Ganze jetzt herunterladen.